In den kommenden Filmen geht es darum, wie Sie mit InDesign und Excel zusammen Visitenkarten erstellen können. Das heisst, ich habe im InDesign etwas vorbereitet und ich habe im Excel etwas vorbereitet. Vorab eine Bemerkung, das Excel muss einfach gut sein, sonst korrigieren Sie am besten das Excel bis es so passt und wenn es irgendwie geht, nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Kunden, dann können Sie diese Sachen noch ein bisschen besser vereinfachen, dass es für Sie vielleicht besser geht. Also, wir haben hier einfach oben die Namen, die Firma, Vorname, Name, Adresse und so weiter. E-Mail-Adressen ist klar. Was ein bisschen spannend ist, ist diese Variante. Für die Fotos habe ich ein Ad-Zeichen genommen und dann Fotos geschrieben. Wenn Sie hier hinklicken, sehen Sie hier oben, dass ich noch ein Apostroph genommen habe. Das ist eigentlich der ganze Trick bei Fotos. Wenn Sie dieses Apostroph nicht setzen, meint Excel es sei eine Formel und akzeptiert dieses Ad-Zeichen nicht. Also, ganz einfach hier ein Apostroph, dann ein Ad-Zeichen und dann können Sie das machen. Das Excel-File habe ich doppelt gespeichert und zwar zeige ich das kurz in meinen Daten. Ich habe hier das Excel-File zweimal gespeichert. Ich speichere es immer als Original, also als XLSX und dann noch als TXT-File. Die Bilder habe ich in den gleichen Ordner gestellt wie das Excel-File. Dann haben Sie nur einen Pfad. Was mache ich da? Einfach das erste Mal speichern unter. Habe ich das als XLS gespeichert und dann als zweites müssen Sie Tab-Stop getrennten Text nehmen. Das ist das, was wir nachher ins InDesign laden. Aber bitte behalten Sie immer das Original, dann haben Sie mehr Möglichkeiten. Gut, jetzt habe ich hier im InDesign ein Dokument erstellt. Das ist ein ganz normales Visitenkärtchen mit dem Format 85 auf 54. Ich habe hier ein paar Logoteile platziert. Ich habe auch zwei Ebenen gemacht. Eine für den Text aus dem Excel und eine Ebene für die Logos. Zusätzlich habe ich schon zwei Absatzformate gemacht. Ich habe eines für den normalen Text gemacht und eines für die Firmaüberschrift. Gut. Nächster Schritt. Sie gehen hier unter Fenster. Dann gehen Sie auf Hilfsprogramme und dort wählen Sie Datenzusammenführung. Jetzt kommt irgendwas rauf und da wird einiges beschrieben. Eigentlich ist es ganz einfach. Datenquelle auswählen. Das heisst, jetzt wählen wir dieses Excel-Fein, aber das TXT an. Öffnen. Und dann werden alle Sachen hier hineingeschrieben, die wir im Excel definiert haben. Also hier Firma, Vorname und so weiter bis und mit auch die Fotos. Diese können Sie jetzt in verschiedenen Textrahmen einfach platzieren. Was heisst das? Ich sage mal, ich verschiebe das ein bisschen. Hier möchte ich den Textrahmen für die Firma. Dann ziehe ich dieses Textpfeil einfach mit drag and drop hier hinein und gebe dem jetzt Absatzformat Firma. Dann wird das formatiert. Sie sehen, alles kommt so in doppelten, eckigen Klammern. Dann funktioniert alles richtig. Dann mache ich mir hier noch eine Textbox, wo ich den Text hin möchte. Das heisst natürlich, ich gehe hier hin. Vorname. Return. Name. Return. Und dann muss ich einfach alles platzieren. Ich möchte als nächstes die Adresse. Den zweiten Teil der Adresse. Dann das Telefon. Fax. Und noch die E-Mail. Und dann mache ich mir hier eine Bildbox für die Bilder, die ich möchte. Ich ziehe dieses Foto hier hinein. Und sage hier noch in den Optionen für die Inhaltsplatzierung, ich hätte das gerne, dass die Fotos immer im Rahmen zentiert werden und die Bilder verknüpft. Proportional anpassen, ist klar. Okay. Und jetzt sehe ich mir mal die ganzen Sachen an. Vorschau. Und jetzt kommt alles. Firma ist immer die gleiche. Foto. Name. Ändert. Nächste Person. Nächste Person. Nächste Person. Wie es weitergeht, erfahren Sie im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.